Wir sind hier in der Spielwarenmesse in Nürnberg angekommen bei dem Stand von Helis. Neben mir ist die Frau Becker, die uns gleich mal erklärt, was so Spannendes Neues hier zu entdecken gibt. Hallo, schön, dass Sie auch dieses Jahr wieder da sind. Genau, wir haben wieder tolle Highlights dabei und dieses Jahr allen voran unser Meerjungfrauenkleid für die Puppen. Perfekt zum Kinostart, unser Meerjungfraukleid Yara, was allen Puppen passt. Und genau, was wir auch dabei haben, sind unsere Helis-Teddybären. Letztes Jahr gelauncht, dieses Jahr das erste Mal auf der Messe. Wow. Ist ein haptisches Produkt, ist super flauschig weich, also muss man immer anfassen. Ja. Deswegen war das auch sehr schade, dass wir das letztes Jahr unseren Kunden auch gar nicht in die Hand drücken konnten. Genau, und auch dem Teddy, wie man hinten sieht, passt perfekt das Meerjungfrauenkleid. Also sehr schön, wir sehen schon, man muss ihn unbedingt anfassen zum Liebhaben, Kuscheln und mitnehmen. Und natürlich auch zum Anziehen geeignet, alles, was wir natürlich unseren Puppen auch anziehen können. Wir freuen uns sehr, vielen Dank und wir schauen mal, was noch alles Interessantes Neues gibt hier auf der Messe. Super, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.